Wir Deutschen haben mal wieder bewiesen, dass wir es einfach drauf haben. 2023 ist eigentlich ein ziemlich nices Jahr für Gaming. Es kam zum Beispiel das raus und das und das und das und fuck. Unser aller Lieblingscharakter aus der Herr-der-Ringe-Welt, Gollum, hat sein eigenes Spiel bekommen. Es hat komplett reingeschissen. Von vielen wird es als das schlechteste Spiel des Jahres bezeichnet und es war so ein Flop, dass das Entwicklerstudio kurze Zeit später schließen musste. Wir tauchen ein wenig in die Gollum-Thematik ein, weil ich mir nichts Schöneres vorstellen kann als das. Let's go! Gollum ist dieses eine Spiel, nach dem niemand gefragt hat. Herr-der-Ringe ist ein Universum voller magischer Welten und Charaktere. Wieso sollte man die nervigste und unnützte Kreatur von allen nehmen? Das ist so, als würde man ein Videospiel zu Spongebob machen, aber man kann nur den alten Jenkins spielen und das Gameplay besteht nur darin, im Park spazieren zu gehen. Wahrscheinlich wäre das sogar cooler gewesen. Gollum ist ein chilliger Side-Charakter in einem großen Epos wie Herr-der-Ringe, ihn aber als Protagonisten. Viele Stunden am Stück in einem Videospiel? Ich wollte sterben. Verflucht seit dieses Land. Verflucht, verflucht. Heizmaul. Er labert die ganze Zeit beim Spielen irgendeine Scheiße, was akkurat ist. Das macht schließlich den Charakter von Gollum so ein bisschen aus. Aber wer hat denn Bock darauf? Hätte man es immerhin gut umgesetzt, wäre das nochmal eine andere Story gewesen. Aber das Spiel ist so schlecht, dass es weitaus größere Ausmaße annahm, als vermutlich jeder erwartet hat. Verantwortliche für dieses Spiel sind Daedalic Entertainment, Sitz in Hamburg, also wahrlich ein deutsches Videospielentwicklerstudio. Kennen tun viele dieses Studio vermutlich durch Spiele wie Edna bricht aus oder Deponia. Das sind Point-and-Click-Adventure-Spiele, die vor allem durch ihren Humor geglänzt haben und unfassbar gut angekommen sind, vor allem hier in Deutschland. Solche Point-and-Click-Games sind so ein wenig ihr Steckenpferd geworden. Es kamen über die Jahre viele Spiele dieser Art raus, auch wenn sie zwischendrin trotzdem auch noch anderweitige Spiele entwickelt haben. Mit der Zeit liefen diese Spiele aber immer schlechter, sollen der Erdefloppte beispielsweise harten, aufgrund interner Probleme verließen immer mehr Talente das Team. Der einzige Weg, um aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen, so glaubte man scheinbar, war die Flucht nach vorne in eine große AAA-Produktion. Herr der Ringe, Gollum, übersteigt alles, was das Studio in der Vergangenheit gemacht hat. Sie sind hiervon hierhin gesprungen. Das Ziel war es, das Unternehmen mit einem großen Kracher wieder Gesprächsthema werden zu lassen. Und ich meine, also irgendwie haben sie es geschafft. Es wurde eine ordentliche Stange Geld in die Hand genommen, um das ambitionierte Produkt erschaffen zu können, was von jedem angestrebt wurde. Stellt sich heraus, dass das Spiel Müll ist, niemand hat es sich gekauft und das Studio musste schließen. Das Spiel, das eigentlich deren Rettung werden sollte, wurde schließlich deren Untergang. Gollum höchstpersönlich hat es geschafft, dass dieses Team nie wieder entwickeln wird. Aber ist das gerechtfertigt? Ich hab mir das Spiel tatsächlich gekauft und ich kann euch gerne von meinen Erfahrungen berichten. Story-technisch spielt das Spiel zwischen den Handlungen aus Der Hobbit und Herr der Ringe, als Gollum eingesperrt war. Man hat sich also den schrecklichsten Charakter genommen und gleichzeitig noch das schrecklichste Setting, da man in dem Spiel die ganze Zeit im Knast ist und Sklavenarbeit verrichtet. Man macht also das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Die Aufgaben, die man bekommt, beschränken sich im Endeffekt immer auf G von A nach B und Folge dieser Person, was auch Sinn ergibt. Gollum kann nicht wirklich was anderes machen, weil Gollum komplett useless ist. Er ist eine wahnsinnige, schizophrene Kreatur, die nix kann und genauso wenig kann er auch im Spiel, außer rumhüpfen und rumklettern. Es gibt kein richtiges Combat oder interessante Fähigkeiten, keine Ausrüstung, nix, was Gollum machen kann, außer rumzulaufen und irgendwelche Platforming-Passagen zu absolvieren. Hier mal ne Wand hochlaufen, hier mal über paar Schluchten springen. Das alles hätte vielleicht noch ganz spaßig werden können, wäre das Weltendesign nicht unfassbar shit. In Spielen wie Assassin's Creed macht es Spaß in der Welt herumzuklettern, da man immer einen passenden Weg suchen muss und alles schlau und die vorhandene Welt reindesignt wurde. In Gollum ist es immer super offensichtlich, wo man hin muss mit weißen Kanten, an denen man sich festhalten kann und sonst nirgendwo anders. Man kann von den offensichtlich vom Spiel vorgegebenen Routen nicht abkommen, was es nach kurzer Zeit schon unfassbar langweilig werden lässt. Obendrauf kommt noch Gollums schreckliches Gelaber die ganze Zeit. Wir hassen dieses Land, hassen es. Und die Steuerung. Ich bin gestorben, als ich das Spiel gespielt habe. Sehr schwammige Steuerung, was in dem Spiel, was halt darauf ausgelegt ist, die ganze Zeit herumzuspringen, super nervig ist. Ein anderes wichtiges Element in dem Spiel sind die Stealth-Abschnitte. Wir müssen uns unseren Weg vorbahnen, ohne entdeckt zu werden. Ist auch nicht wirklich schwer, weil die AI in dem Spiel dumm wie scheiße ist. Die Orks, die einen nicht erwischen dürfen, haben einen exakt festgelegten Pfad, der vorhersehbarer nicht sein kann. Man kann buchstäblich genau neben ihnen stehen und die sehen einen nicht. Man muss wirklich exakt in die offensichtlichen Spots laufen, die gerade bewacht werden, um hier erwischt zu werden. Das alles ähnelt irgendwie Zelda vom Nintendo 64, wo man nicht von den Wächtern erwischt werden durfte, mit dem Unterschied, dass dieses Spiel hier älter als meine Oma ist. Es ist einfach weder gut noch irgendwie spaßig umgesetzt. Es ist keine Challenge und es ist in vielen Fällen sogar eher lächerlich. Von den ganzen Bugs und Glitches, die in diesem Spiel existieren, wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich will ja fair sein und es gab Sachen, die waren zumindest vom Gedankengang eigentlich echt cool. Der gesamte Punkt von Gollum als Wesen ist, dass er ein verkommener Hobbit ist, der aufgeteilt zwischen zwei Persönlichkeiten ist. Seinem eigentlichen Ich, Smergol und seiner wahnsinnigen Gollum-Seite. Es gibt in dem Spiel Entscheidungen, die man tätigen muss und hier gibt es immer eine gute und eine böse. Je nachdem, für welche man sich entscheidet, muss man entweder seine gute Hälfte oder seine schlechte Hälfte von der jeweiligen Entscheidung überzeugen, indem man mit sich selber diskutiert. Von der Umsetzung her könnte es besser sein. Man muss in dieser Diskussion oft raten und hoffen, dass man die richtige Dialogentscheidung ausgewählt hat. Aber ich finde die Mechanik an sich echt cool. Ich liebe es, wenn in Spielen zum Release direkt ein ganz großer Punkt im Menü herunterladbare Inhalte sind. Die haben das Sindarin einfach hinter einer 3 Euro Paywall gestellt. Wow! Ähnlicher merkwürdiger Natur sind alle Ingame-Käufe in dem Spiel. Man kann sich zum Beispiel ein Emote-Pack kaufen. Ich muss Geld bezahlen, damit Gollum in dem Spiel meinen Schatz sagen kann. Für 5 Euro kann man sich das Lore-Compendium kaufen, was eine große Ansammlung an Facts zur Herr-der-Ringe-Welt ist. Das ist super cool. Wieso muss man dafür obendrauf zahlen? Das Game hat 50 Euro gekostet. Direkt einen Tag nachdem das Spiel rausgekommen ist, hat Dedalic die obligatorische Entschuldigung gepostet. Ein farbiger Screen, Logo, irgendein Rahmen, Text und zack, Gaming in 2023. Es ist quasi schon ein Ritual für Game-Publisher geworden, diese Texte zu posten und das Beste ist, dass es bei jedem immer derselbe Text ist. Wir haben verkackt, es tut uns leid, tschüss. Bei Dedalic muss irgendwas gewaltig bei den Führungskräften schiefgelaufen sein, da man schon inmitten der Entwicklung hätte merken müssen, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Sie haben ihr Entwicklerstudio komplett geschlossen und wollen fortan nur noch Spiele publishen, statt selbst zu entwickeln. Das ist hart, da sie intern sogar schon an einem Nachfolger gearbeitet haben. Sie dachten, dass es so gut ankommt, dass sie einen Nachfolger dazu rausbringen können. Das ist fast schon traurig. Gollum ist das Ergebnis davon, ein Projekt eventuell nicht ganz bis zum Ende durchdacht zu haben, da das alles von der Idee bis hin zur Möglichkeit des Umzusetzen von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Wir können uns wohl darauf einigen, dass wir nie wieder über dieses Spiel reden und alle einfach so tun, als wäre all das nie passiert.